Bist du an einem Punkt, wo du schon so viel Content, Videos, Podcast-Folgen, TikToks, Reels, Shorts konsumiert hast, dass du sagst, boah, okay, ja, in dieser fiktiven Welt, da gibt es all das, was ich gerne hätte, aber hier in der echten Welt habe ich das alles nicht. Ich habe keine Freundin, die mich liebt, ich habe niemanden, neben dem ich einschlafen werde, ich habe nicht mal tolle Reaktionen, wenn ich eine Frau angucke. Mist, ich bin sowas von meilenweit entfernt von meinem Ziel, ich habe keine Ahnung, wie ich das erreichen soll. Diese Podcast-Folge ist für dich, herzlich willkommen, mein Lieber, im Freundinnen-Finden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu verführen, zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Ja, um diese Beziehung auf Augenhöhe zu bekommen, die du dir schon immer gewünscht hast. Nicht, indem du dich verstellst, sondern indem du der Mann sein darfst, der wirklich in dir steckt, der Mann mit Herz, der Mann mit Tiefe. Und in dieser Folge werde ich dir eine Grundregel, die für genau diese Situation essentiell ist, mitgeben. Diese Grundregel, die kann alles verändern. Die kann jetzt, wenn du diese Folge hörst, wenn du diese Folge dir anschaust, schon einiges bei dir bewirken. Und vielleicht wird es dann Klick machen, gerade gegen Ende der Folge, wo du sagst, ich mache jetzt diesen Content aus, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und das ist mein Ziel für diese Folge. Lass uns loslegen. Ja, Männer, das ist eine verdammt wichtige Folge, auch wenn sie nicht den Anschein erweckt. Denn am Ende des Tages kommt nur derjenige an sein Ziel, der durchhält. Das ist so. Wenn du keine Disziplin hast, dann beginnst du überhaupt nichts. Aber wenn du nicht durchhältst, dann kommst du nicht ans Ziel. Es gibt so viele Menschen, die Dinge beginnen, die sich darauf riskieren, dass sie tolle Ideen haben, dass sie immer wieder Sachen starten. Vielleicht kennst du so jemanden in deinem Umkreis. Vielleicht bist du derjenige. Aber zieht der auch diese Dinge durch oder hat er immer wieder nur tolle Ideen und dann verlaufen sie im Sande? Ob es eine Frau in deiner Nähe ist, auf die du stehst, die du magst, die du gerne ansprechen würdest, mit der du gerne das Ganze aufs nächste Level heben würdest und so weiter. Oder ob es ein Projekt ist, das du begonnen hast. Ob es die Arbeit ist, die du jetzt gerade verrichtest. Ob es die Beziehung ist, in der du jetzt gerade bist. Ziehst du etwas durch oder beginnst du nur und hast du tolle Ideen? Das macht den ganzen Unterschied. Ich will dir einmal etwas erzählen. Wir haben mit unserem Coaching-Geschäft vor über zehn Jahren begonnen. Ich habe vor sieben Jahren, acht Jahren, das erste Mal, es war 2013, habe ich das erste Mal ein YouTube-Video hochgeladen. Zehn Jahren. Vor zehn Jahren habe ich das erste Mal ein YouTube-Video hochgeladen. Das findest du gar nicht mehr. Vor 2014 ebenfalls, das waren noch ein paar alte Vorträge. Und 2015, also vor acht Jahren, da findest du die ersten Videos, die wir immer noch online haben. Weil die einen gewissen Standard hatten, wo wir sagen, jo, das möchte ich. Auf jeden Fall, dass das für alle Zeit online ersichtlich ist. Findest du auf dem anderen Kanal, falls du ihn nicht kennst, der Moderne Romantiker. Da findest du diese älteren Videos. Und ich wusste damals ganz genau, wir werden es schaffen. Ich wusste genau, ich werde hier etwas beginnen, ein Coaching-Geschäft beginnen, wovon ich überzeugt bin, dass es für die Menschen das Richtige ist. Wovon ich überzeugt bin, dass es viel zu wenige dieser Menschen gibt, die diese Botschaft erzählen, weil zu viele Menschen, zu viele Männer vor allem damals, und es hat sich ja nur verschlimmert, diese Botschaft online verkörpern, dass Frauen der Feind sind und dass du unbedingt deinen Charakter verändern musst. Du musst mehr hart werden, mehr Alpha werden, mehr, mehr, was weiß ich, mehr auf alles scheißen, auf andere scheißen, auf Frauen. Und das ist so eine ungesunde Beziehungsdynamik. Ich kann es nicht mit ansehen, wie das durch Social Media wie TikTok und andere Plattformen, auf denen der Algorithmus einfach so nun mal funktioniert, dass das, was am reißerischsten ist, auch am meisten geklickt wird. Das ist ärgerlich, aber so funktioniert nun mal das menschliche Gehirn. Wir finden Drama spannend. Und dann sagt jemand, hey, die anderen sind schuld. Das und das machen die falsch. Und die weibliche Psychologie ist daran schuld, dass es nur noch wenige Männer gibt, die überhaupt eine Freundin finden können. Und online gab es das sowieso nicht versuchen. Und all diese Lügen, die dir weismachen wollen, dass es okay ist, aufzugeben. Und das war damals die Sache, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall gibt es nur zwei Alternativen. Weil das waren die zwei Alternativen. Das eine war Opferdenken. Ich gebe auf, weil alle Frauen sind der Feind. Und deswegen hasse ich mich selber oder hasse andere. Das war die eine Option, die es online gab als Stimme. Und die andere Option war, nutze Frauen aus. Versuch deinen Vorteil zu bekommen, koste es was es wolle und lüge und manipuliere und danach lass sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Zwischen diesen Extremen gab es keine gesunde Mitte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo sind die ganzen Männer, die du jeden Tag sehen kannst, wenn du die Augen aufmachst, die mit ihrer Freundin zusammen sind und eine glückliche Beziehung führen, vertreten im Internet. Nirgendwo. Ja, weil sie halt normal sind. Weil das zu normal ist. Es ist nicht reißerisch. Es ist nicht spannend genug. Es ist nicht mal überraschend genug. Die psychologischen Effekte, die da reinspielen, damit du ein Video anklickst, sind so perfide, dass du gar nicht darum herumkommst, ein wenig diese Psychologie für dich zu nutzen, wenn du Content Creator bist, wenn du Coach bist, der seine Botschaft, sein Angebot online darstellt. Aber auf die Art, dass es so niederträchtig zur Sache gehen muss, dass Frauen ständig als der Feind deklariert werden, das ist inakzeptabel. Das darf einfach nicht sein. Da muss es mehr Menschen geben, die dir zeigen, hey, so wie deine Eltern vielleicht oder vielleicht nicht deine Eltern, aber vielleicht das Ehepärchen, was du durch die Stadt laufen siehst, was jetzt 70 Jahre alt ist und immer noch Händchen hält. Das ist ein Konzept, was es gibt. Echte Liebe existiert. Und du kannst sie finden. Du kannst sie erschaffen aus dem Nichts. All diese Männer hier, die haben ihre Situation mit Frauen aus dem Nichts erschaffen, mein Lieber. Das ist genau das, was wir beibringen im Coaching, wie du aus dem Nichts heraus mit einer Frau, die du sonst vorher nicht kanntest, ein Gespräch beginnst, locker leichtherzig mit ihr flirtest, nichts zurückerwartest, dann in die Tiefe gehst, sie kennenlernst, ihren Charakter kennenlernst, ihren moralischen Kompass kennenlernst und dann so connectest, dass ihr beide, wenn ihr das beide möchtet und die Chancen werden erheblich erhöht, wenn du das auf diese authentische Weise machst, dass ihr zwei dann auch auf einem Date euch näher kommen könnt, intim werdet, miteinander schlaftet und eine Beziehung beginnt. Ja, das haben diese Männer geschafft, das haben noch viel mehr Männer geschafft. Das sind ja nur diejenigen, die gesagt haben, ja, Andi, du kannst mein Gesicht und das Gesicht meiner Freundin präsentieren und im Internet zeigen. Ich meine, allein das ist jetzt schon mal ein Statement, dass die Männer so stolz darauf sind. Aber es gibt noch sehr viel mehr, die gesagt haben, oh, meine Freundin ist dagegen, aber ich habe dir ein Testimonial, einen Erfahrungsbericht hinterlassen, könnt ihr alle nachschauen. Google einfach Andy Friday Erfahrungen, auf Proven Expert, auf Trusted Pilot, auf Trust Pilot, auf Google, ja, auf Google Maps. Da findest du unser Coaching Business, Andy Friday Coaching, findest du mittlerweile über 500 Bewertungen. All diese Männer haben es bewiesen, dass du eine Frau einfach so ansprechen und verzaubern kannst, wenn du nichts zurückerwartest und du echt aus der Güte deines Herzens einfach nur zeigst, hey, ich mag dich und es ist okay, wenn du mich nicht magst. Natürlich gehören da noch ein paar andere Sachen dazu, aber das ist die Krux, das ist die Basis. Und es ist so schade, dass es so wenige Philosophien in der Öffentlichkeit zu sehen gibt, weil natürlich, wie gesagt, die Algorithmen, die favorisieren einfach Drama und Opferdenken und die anderen sind schuld und Hass und bla 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 bla. So, als ich damals dieses Coaching begonnen habe, wusste ich, hundertprozentig, hundertprozentig, dass ich damit Erfolg haben werde, dass diese Botschaft weitere Kreise ziehen wird und dass wir sehr, sehr viele Männer helfen werden, Beziehungen zu gründen und eine Familie zu gründen auf eine gesunde Art und Weise. Das wusste ich. Weißt du, wieso ich das wusste? Weil ich wusste, dass ich eine Fähigkeit erlernt, kultiviert und verfeinert habe, die die wenigsten haben. Daher darfst du raten, was diese Fähigkeit ist. Durchhalten. Durchhalten. Ich wusste ganz genau, das, wo die meisten versagen, ist, weil sie einfach nur zu früh aufgeben. Und sie geben vielleicht nicht mal auf nach der ersten Hürde, sie geben vielleicht auf nach der 20., 50., 900. Hürde und sagen, jetzt habe ich es vier, fünf Jahre versucht, es klappt nicht, es reicht nicht, was soll das Ganze, was bringt das? Oder ihr Interesse wechselt einfach, wie ein Fähnchen im Wind. Aber viele Leute haben auch einfach nicht das Durchhaltevermögen kultiviert und dann sagen sie einfach, ich will nicht mehr. Und dann shiften sie zu etwas anderem. Und das war eine Sache, die ich schon immer wusste, als ich dieses Geschäft hier begonnen habe. Wir werden es schaffen, wir werden groß werden, wir werden dir und anderen Männern helfen können und ich werde nicht aufgeben und uns wird es auch noch nach 10, 20, 30 Jahren geben. Warum? Weil ich durchhalten werde. Und glaub mir, ein Unternehmen zu gründen ist nicht so ohne. Für die Unternehmer unter euch, das weißt du, für die Nichtunternehmer, das ist nicht so ohne. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt oft Momente, in denen, in denen die, die Lage einfach kritisch ist. In denen du schauen musst, wie schaffen wir, wie, wie, wie bringen wir dieses Boot noch durch das Gewässer durch und, und kommen wir uns andere Ufer an. Das ist normal. Das ist in jeder, in jedem Unternehmen, in jeder Geschichte so. Aber wenn du durchhältst, weil du an etwas glaubst, was so wichtig ist, das du durchhalten musst, ja, dann schaffst du es auch. Auf der letzten Flirtmasterclass live hat mir ein Teilnehmer, der dort war, der hat mich zum ersten Mal dort live zu Gesicht gesehen, hat mir dort etwas Schönes gesagt. Der hat es immer und immer wieder wiederholt. Er hat gesagt, du musst weitermachen. Du musst unbedingt weitermachen. Weil es gibt so wenige, die diese auf Herzen, auf Augenhöhe kommunizierende Form des Frauenkennenlernens, der Eroberung, der Verführung beibringen. Und deswegen musst du das weitermachen. Und er hat die ganze Zeit gestrahlt, gestrahlt, gestrahlt und hat mir das immer wieder gesagt. Er war so happy, meine Hand zu schütteln und so weiter. Ich habe mich total gefreut, mich total gejärt gefühlt. Louis, hi. Das war wunderschön. Aber ich wusste auch, keine Sorge, Louis. Ich werde weitermachen. Da brauchst du nicht dran zu zweifeln. Ich kann mir vorstellen, wieso er und andere mir immer wieder das sagen, weil, naja, viele Leute geben halt auf. Aber ich gebe nicht auf. Das ist der Grund, warum ich eine Beziehung führe, die neuneinhalb Jahre jetzt schon anhält. Warum ich jetzt verlobt bin. Eine Beziehung ist ebenfalls Arbeit. Da gibt es genauso. Höhen und Tiefen. Und du musst schauen, in diesen Krisen, ob du das Schiff sicher ans Ufer bringen kannst. Das ist überall so. Das ist auch auf der Reise so, dass Frauen kennenlernst, das Selbstbewusstsein aufbauens. Wenn du an einem Punkt bist, wo du noch überhaupt nicht mit einer Frau geschlafen hast, geschweige denn, sie geküsst hast, und du fragst dich, wie du überhaupt das Selbstbewusstsein aufbaust, um an diesen Punkt zu kommen. Davon haben wir einige von dir im Coaching. Schon viele von euch im Coaching gehabt, die mit Mitte 30, Mitte 40 noch Jungfrau waren. Okay. Das Charisma kannst du auch dann aufbauen. Das Selbstbewusstsein kannst du auch dann aufbauen. Der Unterschied ist die Frage, die wir so oft hier in den Raum stellen. Kannst du auf den Prozess vertrauen? Entscheidest du dich dazu, zu sagen, okay, Andi hat einen Leitfaden, er hat das schon tausendmal gemacht, er hat das schon tausendmal mit anderen durchgeführt. Vertraue ich auf diesen Leitfaden. Vertraue ich einfach auf den Prozess. Lass mich fallen und gebe mich diesem organischen Wachstum hin. Egal, wie lange es dauert. Ich werde nicht versuchen, an einem wachsenden Grashalm zu ziehen und ihn rauszuroppen. Nein. Wenn er ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre braucht, um zu wachsen, dann ist das so. Aber ich akzeptiere nicht die Alternative, dass ich es gar nicht erst versuche. Denn das ist etwas für, und hier erlaube mir, einmal so hart zu sein, das auch so auszusprechen. Das ist etwas für Verlierer. Das ist etwas für diejenigen, die sich im Internet beschweren, in den Kommentaren beschweren, die sich nicht dazu trauen und entschieden haben, etwas an ihrer Situation wirklich zu verändern, ihre Angst ins Gesicht zu blicken. immer und immer wieder zu sagen, ich bin gut genug, ich werde es weiter versuchen, ich werde alle Dinge tun, die wichtig sind, ich werde mir einen Kreis finden an Menschen, denen ich vertrauen kann, die mich dabei bei meinem Ziel unterstützen. Nicht Leute, die dich runterziehen und wenn du die ganze Zeit nur an deinem Arbeitsplatz von anderen runtergezogen wirst, die selber keine Lust auf ihren Job und auf ihr Leben haben, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du keinen Bock auf deinen Job oder dein Leben hast. Du wirst einen neuen Kreis finden müssen an Menschen, die dich inspirieren. Punkt 1, ob du dich dazu entscheidest, zu sagen, ich werde nicht mehr mit meinen negativen Selbstgesprächen, mein Hirn und meine Eigenidentität so vergiften, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Ich werde anfangen, mit mir selber positiven Eigendialog zu führen. Ich werde mir selber gute Dinge, die mir widerfahren sind, positive Dinge, wenn Menschen mir Komplimente gegeben haben, wenn etwas für mich passiert ist, das werde ich groß aufmalen. Ich werde mich nicht mehr beschweren und sagen, es ist so schwer und naja, man kann das ja nicht so leicht machen und weißt du, meine Situation ist besonders schwer. Nein, auch das ist eine Entscheidung, dir selber zu sagen, die Situation ist leicht, auch wenn sie schwer erscheint, sag dir, die Situation ist leicht, denn alles ist relativ. Warum nicht? Warum solltest du nicht den Blickpunkt einnehmen von jemandem, für den das leicht ist, selbst wenn es für dich schwer ist? Du willst doch der Mann werden, für den es leicht ist. Du kennst das Sprichwort, Kleider machen Leute. Das heißt, du musst dich erst so verhalten, wie jemand, für den es leicht ist, damit es erst für dich leicht wird. Und es fängt damit an, was du dir selber sagst. Es ist leicht. Es ist spielerisch leicht. Und wenn die Stimme hier hinten kommt und dir versucht zu sagen, das schaffst du eh nicht, dann mach diese Stimme einmal hops. Nimm sie hops. Verarsch sie. Sag, oh, sie schafft das nicht. Und verarsch die Stimme, die da oben irgendwas sagt. Oh, ich schaff's nicht. Ja, es ist so schwer. Es ist so schwer. Und dann kannst du dich selber über diese Stimme lustig machen, die hier oben nichts verloren hat. Okay? Identifiziere das Gute in dir und sag, das ist meine Hauptpersona. Das ist die Persönlichkeit, die ich im Vordergrund haben möchte. Die Persönlichkeit, die mutig ist, die unabhängig ist, die attraktiv ist, weil sie weiß, dass Durchhalten eines der Schlüssel ist. Und weil sie weiß, dass wenn sie auf den Prozess vertraut, alles gut sein wird. Diese Persönlichkeit ist im Vordergrund. Und die meckernde, nörgelnde, ängstliche Persönlichkeit, die darf mal schön auf den Rücksitz. Die interessiert mich genau. Und ich hab die auch. Natürlich hab ich sie. Wir alle haben sie. Aber die darf schön auf den Rücksitz. Ja? Die darf mal die Klappe halten. Genauso wie die anderen Leute, die dir sagen wollen, dass du nicht gut genug bist, dass du dich verändern musst, dass du mehr Alpha sein musst, dass du dir nehmen musst, was dir gehört und auf andere scheißen musst. Nein. Das ist alles Schwachsinn, alles Bullshit. Okay? Ja, es ist wichtig, dass du zu dir selber stehst. Etwas anderes sagen wir ja auch nicht. Es ist wichtig, dass du zu deinen Werten stehst, dass du Grenzen setzt. Natürlich. Aber musst du deswegen, weißt du, das ist die Frage, wenn es die ganze Zeit auf eine Art nicht funktioniert hat, dann machen Kinder unreife Menschen Folgendes. Sie machen das Gegenteil. Die sagen, okay, wenn Mama gesagt hat, das klappt nicht, dann gehe ich jetzt halt zu Papa oder okay, wenn die das nicht wollen, dann mache ich halt das Gegenteil oder du hast es vielleicht als Kind auch schon gemacht, wenn dir deine Eltern gesagt haben, das darfst du auf gar keinen Fall machen, diese eine Sache musst du unbedingt unterlassen und dann habt ihr euch irgendwie gestritten und du warst sauer auf sie. Was hast du dann gemacht? Genau diese eine Sache, um in einen reinzuwischen. Es ist eine kindliche Konterreaktion, es ist Trotz. Und aus diesem Grund sollte ich, weil ich bisher mit meiner freundlichen Art und meiner Nettigkeit und mit meinem Ich-will-für-Frauen-da-sein, Ich-will-für-Frauen-ein-Geschenk-sein, aber das hat nicht funktioniert, muss ich jetzt aufs Gegenteil wechseln? Nein. Nein. Das muss ich nicht. Ich kann jetzt schon weise sein und den Mittelweg wählen, wo ich genau unterscheide zwischen diese eine Handlung, die war egoistisch und diese eine Handlung, da wollte ich etwas erreichen, indem ich freundlich war. Das ist manipulativ, das mache ich nicht mehr. Das heißt, ich stehe jetzt zu meinen Bedürfnissen und ich bin unabhängig, wenn sie nicht wahr werden. Und mit der Zeit kommt in dir eine Lebensfreude auf durch die verschiedenen Dinge, die wir gerade gesagt haben. Auch Leichtigkeit ist eine Kunst, die erlernbar ist, die du erlernen darfst, Dinge nicht mehr so schwer zu nehmen, mehr zu lachen, Geigenhumor zu haben. Wenn irgendetwas vor dir passiert, was peinlich aussieht, bei jemandem anderem, dann fällt es uns grundsätzlich leichter, uns distanziert davon zu sehen. Also, das da vorne zu sehen und zu sagen, uh, das ist aber peinlich, gut, dass mir das nicht passiert ist. Dasselbe kannst du machen, wenn es dir passiert. Sieh dich selber als dritte Person und sag, uh, das war aber peinlich, aber eine geile Story. Alles ist eine geile Story. Du schreibst diese Geschichte deines Lebens. Sei stolz drauf. Sei stolz auf die Geschichte, die du schreibst. Mal hat sie Höhen, mal ist sie wunderschön. Du sammelst tolle Erfahrungen mit Frauen, krasse Abenteuer, sexuelle Dinge, im Freien, bei ihr, bei dir überall, wo irgendwie andere sagen würden, uiuiui, das sind Dinge, die du erlebst entlang der Reise und gleichzeitig erlebst du tiefe Gespräche, eine tiefe Verbindung, die so viel mehr Substanz hat als all diese oberflächlichen Bekanntschaften und du baust entlang dieser Reise wirkliche Freundschaften, echte Beziehungen zu Frauen auf, die vielleicht dein Leben lang halten werden und natürlich auch die eine, die du dabei kennenlernst, mit der du dann ewig zusammen sein willst. Die Männer, die das verstehen, dass das ein Prozess ist und dass sie auf diesen Prozess vertrauen, die wissen, dass sie durchhalten müssen. Ja? Die wissen das einfach. Und das ist das Vertrauen, was ich dir gerne schenken möchte. Wenn du es alleine nicht hinkriegst, dann komm zu uns in die Charisma-Analyse. Ja? Der Link ist www.flirtanalyse.de und dann schauen wir uns ganz genau deine Vergangenheit an. Dann gebe ich dir gerne genau die Ratschläge, die für deine spezifische Situation kritisch sind. Was hast du hier falsch gemacht? Was hast du gut gemacht? Was sind die Charaktereigenschaften, wo du ein enormes Charisma-Potenzial hast, aber du noch gar nicht für dich entdeckt hast und deswegen nicht nutzt? Und dann geben wir dir den Leitfaden, der für deine Situation spezifisch geschneidert ist. Wie schaffst du in den nächsten drei Monaten dein Ziel zu erreichen? Leichtherzig mit Frauen zu flirten, die eine zu erobern. All diese Männer haben das geschafft, das kannst du auch. Es erfordert aber auch dein Zutun, dein Vertrauen in uns, in den Leitfaden, letztlich auch in dich, aber da kommst du hin. Ja, an sich zweifeln ist normal, da haben genug Männer an sich gezweifelt. Du musst einfach den ersten Schritt wagen und dann findest du heraus, oh, so schwer ist das ja doch gar nicht. Also es ist okay, an dir zu zweifeln. Das heißt aber nicht, dass du nicht beginnen solltest. An dir zweifeln ist in Ordnung, trotzdem beginnen. Beginne gerade, weil du Zweifel hast. Denn genau das ist doch die Definition von Mut. Trotz Angst zu handeln, trotz Zweifel zu handeln, das ist mutig. Und genau da können schüchterne, zurückhaltende Männer punkten. Weil sie müssen sich nicht verstellen. Sie müssen einfach nur wissen, da ist etwas, was mich gerade auffällt, eben deswegen mache ich es. Einfach machen. Das Motto der Macher. Das Motto derjenigen, die ans Ziel kommen. Und ich freue mich unglaublich, weil ich morgen nach Florenz fliegen werde. Das heißt, wenn du das Video siehst, dann werde ich wahrscheinlich noch immer in Florenz sein für unseren Verlieben in Florenz Workshop. Ich freue mich unglaublich darauf, weil das sind diese magischen Momente, von denen ich ja auch schon in ein paar Folgen erzählt habe, die mir ein Leben lang geblieben sind und den Teilnehmern, die mit mir dort sind, ebenfalls, bin ich sicher, ein Leben lang bleiben werden. Wie es auch schon den letzten zehn Mal, den ich den Workshop gegeben habe, einfach, einfach wunderschön war. Zehnmal habe ich diesen Workshop schon gegeben, seit 2016. Ja, nach der Periode, wo ich das Wort jetzt nicht aussprechen möchte, aber wir alle wissen, wo wir alle zu Hause gehockt haben oder es gab Lockdowns, da gab es die Workshops natürlich nicht mehr, aber jetzt sind sie wieder da, dieses Jahr zum ersten Mal wieder und ich freue mich unglaublich darauf, unglaublich darauf. Wir haben es ausverkauft. Mega geil. Dann haben wir noch eine Gruppe aufgemacht, komplett ausverkauft. Dann haben wir noch eine Gruppe aufgemacht. Wie cool ist das, dass es Männer gibt, die so sehr an meine Botschaft glauben, dass sie sagen, ich will mit dir zusammen das erleben, Andi. Ich fühle mich so dankbar dafür. Es ist total irre, wie viele Männer tatsächlich durch diese Reise hindurch ihre Partnerin kennengelernt haben. Das ist so crazy. Das ist, das ist genau das, was mich antreibt, wenn ich mir diese Bilder anschaue von diesen Männern. Wenn ich mir die Nachrichten durchlese von diesen Männern. Wenn ich mir ihre Berichte anschaue. Das ist, das hast du erschaffen. Wie irre ist das, dass du obwohl du vor ein paar Wochen, Monaten noch gedacht hast, dass du nichts hinbekommst, jetzt auf einmal mit einer wildfremden Frau im Supermarkt oder im Park sprichst und ihr gemeinsam auf ein Date geht und du sie dann auch noch auf dem Date küssen kannst. Wie irre ist das denn? Und dass sie sich danach bei dir meldet. Das ist so geil. Das ist so geil. Und das kannst du auch erleben. Ich will dich damit anstecken, aber du musst echt an deinen Kernwerten einmal rütteln. Denn wenn du glaubst, Dinge passieren einfach so für dich und du kannst warten, dass dir das Schicksal irgendwann in den Schoß fällt und die richtige wird ja noch kommen und jeder Topf findet seinen Deckel. Der Topf findet nur seinen Deckel, wenn es jemanden gibt, der den Topf auf den Deckel, den Deckel auf den Topf drauf macht. Wenn es diesen Menschen nicht gibt und da stehen einfach nur irgendwo in der Prärie, irgendwo einen Topf und irgendwo einen Deckel, dann finden die sich nicht. Es muss jemanden geben, der sie zusammenführt. Und das hast du in dir. Nicht nur, dass du mit dieser Frau zusammenkommen kannst. Du kannst dasselbe machen, was ich kann. Du kannst anderen dabei helfen, zusammenkommen. Wenn wir sagen Unabhängigkeit und Loslassen und keine Ergebnisorientiertheit haben, dann ist das nicht nur für den internen Prozess wichtig. Das Coolste, was du machen kannst, wenn du an einen Ort gehst, wo du niemanden kennst, ist dich erstmal denjenigen vorstellen, bei denen du denkst, oh, die kennen ja auch niemanden. Okay. Dann bist du schon mal derjenige, der sich etwas getraut hat. Klasse. Dann kannst du dich unterhalten über was da passiert, über die Menschen, über das, was dich begeistert, über das, was sie begeistert. Aber wenn du einen Schritt weiter gehst und du über Beziehungen anfängst zu reden, du fragst, ob sie in der Beziehung sind, ob sie irgendjemanden hier auf dieser Tagung, auf dieser Party oder was, ob sie jemanden entdeckt haben, den sie interessant finden. Und dann sagen sie dir vielleicht, ja, die da hinten, die sind ganz hübsch oder ja, ich habe ein Auge geworfen auf sie. Dann kannst du diese beiden Menschen vielleicht zusammenführen. Du musst nicht viel machen. Du gehst zu dieser anderen Person hin, weil du willst ja nichts erreichen. Das macht das Ganze viel leichter. Gehst du der Gruppe, gehst du der Frau und sagst, hey, ich wollte mich kurz vorstellen, mein Freund da hinten, der Michael, der hat ein Auge auf dich geworfen und ich glaube, da ist er gerade. Ich glaube, der wollte dich mal kennenlernen. Willst du mal kurz mitkommen? Stell dich mal kurz vor. Dann geht sie mit. Du stellst sie ihm vor. Er strahlt über alle Ohren. Sie strahlt. Es ist so ein interessanter Moment, den niemand so kennt. Und du stehst daneben und lächelst einfach und grinst und sagst, ja, hier, wie seid ihr? Michael, Annika, Annika, Michael. Werden euch kennen. Und dann werden die schon direkt miteinander reden und du kannst daneben stehen und einfach stolz darauf sein, was du erschaffen hast. Uneigennützig. Ich mache das als Hobby. Lieben gerne. Das ist der Grund, warum ich so gut bin im Verführen. Es ist, weil ich kein Ergebnis erwarte. Und das sehen Frauen. Das merken sie. Sie merken ganz genau, ob ich jetzt einem Pärchen ein Kompliment gebe, wo ich auch nichts dafür bekomme oder ob ich einer Frau ein Kompliment gebe, die mich interessiert, die ich wunderschön finde. Da gibt es für mich keinen Unterschied, weil ich wirklich null Ergebnisse erwarte. Und das ist durch Übung passiert. Durch Übung, Übung, Übung. Bei mir hat das Jahre gedauert. Bei dir kann das viel weniger dauern. Aber du musst dich entscheiden. Gehe ich jetzt auf den Prozess zu oder nicht? Nehme ich diese Chance wahr und wisse, dass ich durchhalten muss und dass ich auf den Prozess vertraue und dass ich leichtherzig mit mir selber umgehe, nicht mehr alles so ernst nehme, nicht mehr alles so schwermütig und traurig und deprimiert nehme, nö, sondern witzig und inspirierend und wie ein Film, den ich selber gerne anschauen würde, mit Höhen, mit Tiefen, mit lustigen, peinlichen Sequenzen, aber auch wunderschönen Höhen, die ich sehr gerne nochmal auf YouTube als Clip mir später nochmal angucken werde. Wortwörtlich, das ist ja genau das, was du bei mir auch kannst. Du kannst ja Clips von meinen Höhen auch ebenfalls bei Frauen oder auf Dates oder sowas ebenfalls auf YouTube sehen. Das ist die Geschichte deines Lebens. Schreibst du sie für dich oder schreibst du sie für jemand anderen oder weil jemand anderes dir gesagt hat, du darfst sie nicht so und so schreiben, akzeptierst du es und lässt den anderen die Geschichte schreiben? Du lässt zu, dass andere dir sagen, das macht man nicht, das darf man nicht, das ist doch peinlich, du bist nicht cool, wenn du das machst, einer meiner Teilnehmer. Das ist so traurig, aber ich kann diese Geschichte gut nachvollziehen, weil ich wurde auch in der Schule gemobbt, geschlagen, wurden Zahn rausgetreten, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ihm wurde gesagt, warum bist du eigentlich so scheiße? Einfach so, sind Leute zu ihm hingekommen, in der Schule, da war der 14 oder sowas, haben zu ihm gesagt, Roman, warum bist du eigentlich so scheiße? Das ist doch nicht schön, sowas zu erleben. Sie haben ihm gesagt, weißt du, warum dich keiner mag? Und er wusste nicht, was er sagen soll. Weil du so scheiße bist. Und dieser Mann hat sich ein Schutzschild antrainiert, dass er das nicht mehr hören muss, dass er cool wird, und dass er akzeptiert wird. Und wir sind gerade dabei, schon sehr erfolgreich, dieses Schutzschild aufzubrechen und seine eigentliche Persönlichkeit wieder zum Vordergrund zu bringen, mit der er sich traut, mit der er sich traut, sich selber zu zeigen, wie er wirklich ist, mit der er sich traut, mit einer fremden Frau zu sprechen, Hallo zu sagen. Etwas, was für ihn komplett unvorstellbar war. Er hat gesagt, damals bin ich ins Coaching gekommen, ich war bei den Flirtspezialisten, www.interessewecken.de, falls du dieses Beginnerprogramm einmal sehen willst, wo wir dir genau zeigen, welche Arten von Flirts es gibt, und wie du in jeder Situation das Passende sagen kannst, was dann interessant und witzig und charismatisch ist. Ja, darin war er. Und dann hat er, weil er ja in derselben Gruppe ist, wie die Männer, die bei uns in der Flirt-Masterclass sind, also unserem Premium-Einzelcoaching, ja, da, wo du in drei Monaten wirklich lernst und wie du die richtig eroberst. Und das ist ja eine Gruppe. Die Männer, die lernen sich alle kennen und treffen sich untereinander und inspirieren sich und da werden Freundschaften fürs Leben gebaut. Und dann war er da drin und hat mitbekommen, wow, hier gibt es ja all diese Angebote und all diese Calls und hier ist was von Andy und hier ist was von Dominik und hier Makako, wow, was ist hier los, Kevin, mega krass. Und dann hat er gehört, oh, hier gibt es ein Angebot, den Action Call. Gemeinsam auf der Straße sprechen wir Frauen an und haben Spaß und schenken ihnen gute Gefühle und schauen, was so passiert. Und er hat gesagt, nie und nimmer mache ich das. Ich bin hier, weil ich online einfach nur ein bisschen besser will lernen will. Ich will lernen, wie ich online besser mit Frauen schreibe. Nie und nimmer gehe ich da auf die Straße und mache mich lächerlich. Klar, das ist auch nichts für die Anfänger. Deswegen sagen wir es ja immer wieder, wie esse ich ein Elefanten? Bissen für Bissen. Schritt für Schritt. Das ist nichts für die Anfänger. Da kommst du hin. Step by Step. Erstmal sind die Basics. Leichtigkeit, Selbstbewusstsein, Flirten in deinem gewohnten Raum, mit deinem gewohnten Umfeld. Menschen, die du schon kennst und dann Schritt für Schritt erweitern wir diesen Kreis. Schritt für Schritt erweitern wir deine Komfortzone. Da drin, wo du dich gemütlich fühlst, das wird immer ein bisschen größer. Damit du die Gegenden, in denen du dich nicht so gemütlich fühlst, wo es ein bisschen Angst macht, dass du da schrittweise dich reinwachst. Nicht von 0 auf 100, weil dann wird es nichts. Das ist das, was so viele im Internet von dir erwarten. Du musst ein komplett anderer Mann werden. Bullshit. Der Mann, der in dir steckt, das ist genau der Richtige. Wir dürfen ihn einfach nur wieder zutage bringen. Schritt für Schritt. Mehr Mut, mehr Unabhängigkeit. Das sind alles tägliche Entscheidungen, wo wir dir einen Leitfaden geben, wie du da hinkommst. Und dann war er auf einmal in diesem Action-Call und hat vor ein Hallo gesagt und wir haben gestrahlt und er hat Gespräche geführt und er hat gesagt, da hat sich ein Schalter bei mir umgelegt. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Das ist doch mega, mega geil, wenn du jemanden hast, der sich vorher nicht mal getraut hat, mit einem Fremden zu reden, jetzt so frei fühlt, dass er einfach so mit einem Fremdenfrau ein Gespräch beginnen kann. Wie irre ist das, dass du das auch kannst, aber es dir vielleicht selber noch nicht erlaubt hast? Erlaub es dir. Ja, ich helfe dir sehr gerne dabei. Wie gesagt, www.flirtanalyse.de Das ist das kostenlose Flirt-Typ und Analyse. Geil, ich habe einen Fehler gemacht. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Hast du gesehen, wie ich reagiert habe? Geil, ich habe einen Fehler gemacht. Ich finde das witzig, wenn ich einen Fehler mache. Das ist toll. Also, okay, also www.flirtanalyse.de Das ist die kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Hol sie dir. Da gibt es den Leitfaden. Und ich hatte, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, noch so viele weitere Punkte in meinem Kopf gespeichert gehabt und habe gesagt, das will ich noch sagen und das will ich noch sagen. Oh, und das werden die Männer brauchen und das wird denen gefallen und das wird inspirierend sein und ich habe 80% davon vergessen. So what? Ich werde nächste Woche wieder hier sein. Ihr werdet mich nächste Woche wieder sehen. Da wird es wieder eine Podcast-Folge geben. Es wird weiterhin die YouTube-Videos geben. Es wird weiterhin auf TikTok und auf Instagram die Stories geben. Ja? Ihr werdet mich nicht los. Ich höre nicht auf. Ich gebe nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel, Männer. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Wenn du lange genug durchhältst, dann werden nämlich all die Sachen, die nicht geklappt haben, irgendwann Sinn ergeben. Oh, das muss ich besser machen. Beim einen oder anderen dauert das dann länger. Aber ich meine, die Zeit verbringst du sowieso. Ob du die jetzt auf deinem Hintern verbringst und am Rechner oder vom Fernseher und du keine Frau neben dir hast, die du liebst und neben der du einschläfst und die dich verliebt, anlächelt, wenn du aufwachst oder ob du das hast. Die Zeit vergeht sowieso. Irgendwann sind wir weg von dem Planeten. Und falls du gläubig bist, was dann? Wem wirst du dann Rechenschaft ablegen müssen? Wem wirst du sagen, yo, ich habe in den Momenten, wo es darauf ankam, den Schwanz eingezogen. Yo, ich habe mein Leben diktieren lassen von den Meinungen von anderen. Ich habe in Furcht und in einem Schatten meiner potenziellen Persönlichkeit gelebt. Ich bin nie zu dem geworden, der ich hätte sein sollen. Oder wirst du sagen können, selbst wenn es schwer war, habe ich das getan, woran ich glaube und ich habe mich nicht zufrieden gegeben mit dem Weltbild, das meine Angst mir vorgaukeln wollte. Nein. Es gibt eine schönere Option und ich werde sie erreichen, koste es, was es wolle. Ich werde es schaffen. Ich werde die Frau erobern, die ich will. Ich werde diese Beziehung, diese glückliche Beziehung, diese Familie gründen, die ich schon immer haben wollte. 100 Prozent. Das ist mein Ziel und das werde ich schaffen. Und wenn du das als Ziel setzt, anstelle von ich muss sie von mir überzeugen, ich muss Anja von mir überzeugen oder Selem oder wen auch immer, eine bestimmte Frau und du sagst dir, ich muss unbedingt den sie haben, dann bist du nicht in Leichtigkeit, dann bist du vom Ergebnis abhängig, dann bist du nicht locker, dann bist du nicht flirty, dann bist du nicht du selbst und deswegen klappt es nicht. Aber wenn du sagst, ich werde die Frau finden, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde, dann gibt dir das die Möglichkeit, dass du bei allen Frauen, die du kennenlernst, alle Frauen, die du siehst, potenzielle Partnerinnen siehst. Nicht, sie ist es. Nein. Vielleicht, sie könnte es sein. Lass es uns mal herausfinden. Die meisten Männer haben echt verkümmerte FEH-Muskeln. Weißt du, was der FEH-Muskel ist? Finde es heraus. Du übst nicht genug, Dinge selber herauszufinden. Du bist so verkopft, dass du so viele Fragen hast und dann aus diesen Fragen entstehen mehr Fragen und mehr Fragen und das blockiert dich, deswegen kommst du nicht vom Fleck. Finde es heraus. Finde heraus, ob sie dich mag oder nicht. Finde heraus, ob es peinlich wird oder nicht oder ob sie total begeistert sein wird von deinem Auftreten. Finde es heraus, ob sie aus derselben Stadt kommt oder nicht. Finde es heraus, ob sie Tänzerin, Künstlerin, Musikerin ist. Dann hast du direkt Gesprächsstoff. Dann hast du direkt einen Grund. Dann hast du in deinen Augen das gewisse Etwas, das Funkeln, weil du eben nicht jemanden einfach so angesprochen hast, was soll ich jetzt machen? Nein, du hast jemanden angesprochen, weil du ein Ziel hattest. Ich will herausfinden, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Wer bist du denn so? Und dann kommt das Interesse von ganz, von ganz natürlich. Es ist klar, dass das Szenario, das ich gerade gemalt habe, nicht von heute auf morgen für die meisten machbar ist. Das ist klar. Ja, aber ich möchte ein Bild skizzieren, wo du hinkommen kannst, was alles möglich ist, wenn du die Schritte befolgst, Step by Step. Verlang nicht von heute auf morgen, dass alles für dich klappt, aber entwickle eine Pronoia, wie Dominik immer sagt. Keine Paranoia, dass alles, was auf der Welt passiert, sich gegen dich verschworen hat und alles wird gegen dich passieren. Mach doch mal genau dort etwas, was selbstwertförderlich ist und nicht selbstwertdemolierend. Geh davon aus, dass alles, was für dich passiert, dass alles, was passiert, für dich passiert. Dass alles ein Geschenk für dich ist, dass du aus allem lernen kannst und etwas Positives ziehen kannst. Und verarsch dich da nicht selber, wie ich das immer wieder sehe und sag, ja, ich hab einmal eine Frau angesprochen und das war so peinlich, ich habe daraus gelernt, dass ich das nie wieder machen sollte. Loser. Was soll der Mist? Und die Wut, die in meiner Stimme gerade ist, die ist nicht auf diesen Menschen, auf diesen Mann. Die Wut, die ich habe, ist auf die Stimme im Kopf, die er hat und die ich auch habe. Die wir alle haben. Diese Loserstimme, die brauchen wir nicht. Weg damit. Hör auf die Stimme, die sagt, eigentlich ist es das Richtige, ich sollte es tun. Okay, dann tu es. Tu es, zieh es durch und glaub mir, solange du weiterhin mit einem Lächeln im Gesicht durchhältst und es nochmal versuchst und daraus lernst und sagst, ich probiere nächstes Mal was anderes mit deinem Lächeln und deine Umstände veränderst, dass du zum Beispiel dir einen Coach holst, dass du zum Beispiel dir Männer holst, die besser sind in dem, was du lernen möchtest und dich mit ihnen umgibst, dass du dich mit freudvollen Menschen umgibst, die dich hochheben und nicht runterziehen, dass du selber mit dir selber positiv redest und dankbar bist für alles, was im Moment passiert. Denn wenn es irgendwann nicht weitergeht, wenn du stagnierst und du hast das Gefühl, ich komme hier nicht vom Fleck, ich schaffe es einfach nicht, ich habe jetzt mit dieser Frau an x Dates gehabt, aber irgendwie komme ich nicht weiter, dann bist du wieder in der Zielgeraden, dieses, ich will sie erobern und ich schaffe es bei ihr nicht. Da ist die Ungeduld, da ist die Abhängigkeit. Wenn du an diesem Punkt bist, wo alles stagniert, wo es nicht weitergeht, dann brauchst du Dankbarkeit. Alles, was passiert ist, ist für dich passiert. Sei dankbar dafür. Und ich meine nicht einfach nur das als Floskel, ich bin dankbar für die Sonne, ich bin dankbar für, nein, sei dankbar für gerade die Dinge, die schiefgegangen sind, weil gerade die haben dir Durchhaltevermögen gegeben, haben dir eine coole Story gegeben, die du erzählen kannst, über die du lachen kannst. Sie haben dir die Möglichkeit gegeben zu wachsen, sie haben dir eine Erfahrungsspektive, aus dem du beim nächsten Mal, in der nächsten Situation bei einer Frau, wo du dasselbe wieder erleben wirst, diesmal weißt, ah, das hat letztes Mal nicht geklappt, ich werde jetzt was anderes machen. Wie geil ist das denn, dass das Leben dir ständig solche Lektionen gibt, aus denen du lernen kannst. Das ist sowas von cool. Dieses System, Leben, das ist ziemlich geil und es funktioniert, wenn du es für dich nutzt und dich nicht beschwerst auf der hintersten Reihe. Das ist ziemlich cool. Und Dankbarkeit bedeutet, dass du dann gerade für diese Sachen, die schiefgegangen sind, aber auch für die Dinge, die geklappt haben, sagst, das ist doch mega cool, bis wohin ich es geschafft habe. Denn stell dir wirklich einmal diese Frage, hast du es denn überhaupt verdient, dass es jetzt noch weiter geht, dass es jetzt noch schöner wird, wenn du nicht mal dankbar dafür bist, was du bisher erreicht hast? Die Antwort ist nein. Du kannst nur weiterkommen, du kannst nur mehr erleben und es wird nur dann schöner, wenn du jetzt schon das, was du erlebt hast und was bis jetzt war, als schön erachtest und dort das Positive rausziehst. Nur dann wird es schöner. Ich meine, das ist kein Hokuspokus. Wenn du davon ausgehst, dass alles, was bisher passiert ist, negativ war und leidvoll war und Andi, du hast ja keine Ahnung, mein Leben ist echt was anderes und meine Story, also wie ich schon verarscht wurde von Frauen, das kannst du echt niemandem erzählen. Bla, bla, bla. Da ist wieder die Stimme, die wir nicht hören wollen. Ignorier diese Stimme und finde das Positive daran. Finde die geile Story, das Positive, das Optimistische. Sei dankbar dafür und dann ebnet sich ein Weg, dass genau das weiterhin passiert. Dass noch mehr schöne Sachen passieren, dass die Dinge, die du selektiv als schön erachtest, dass es von denen noch viel mehr passieren. Wenn du das Ganze nur negativ siehst und du sagst, ja, das war Schrott, dann wird auch genau dieser Schrott immer wieder passieren, weil das das Einzige ist, was du siehst. Okay. Das sind solche Basics, mein Lieber. Ich schwitze. Ich freue mich auf die Haier, meine Freundin und auf dieses wunderschöne Abenteuer, was mich in Florenz erwartet. Männer, wenn ihr mit uns sprechen wollt, holt euch die kostenlose Flirttyp und Charisma Analyse und den Leitfaden, wie du es schaffen kannst, die Frau zu erobern, die du wirklich willst. www.flirtanalyse.de findest du auch in der Beschreibung. Und bis dahin, in Dominiks Namen und in meinem Namen, bitte wahr vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.